Leute, wir starten rein in eine äußerst spannende Woche hier auf den Kryptomärkten mit einem Bitcoin-Dump von fast 2.000 US-Dollar. Und was können wir diese Woche von Bitcoin, Ethereum und Co. erwarten, wenn erstens zwei Zinsentscheidungen für diese Woche auf der Agenda stehen und zweitens der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag veröffentlicht wird. Wir bereiten uns gemeinsam bestens auf diese kommende Trading-Woche vor. Sämtliche Preislevel, die du für diese Woche auf dem Schirm haben musst, als auch die wichtigsten Liquidation-Level, bekommst du hier an die Hand natürlich ein kurzes, knackiges Update zu Ethereum, wo wir ganz, ganz kurz vor unserem nächsten Long-Trigger stehen. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, um einen klaren Fahrplan für Bitcoin, Ethereum und Co. parat zu haben. Falls dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da, aktive die Glocke, stell sie auf alle und starte jeden Tag bestens vorbereitet. Mit uns in den Trading-Tag und wir legen direkt los mit dem Content. Wir schauen uns erst einmal die letzten 24 Stunden hier auf den Kryptomärkten an. Das Wochenend-Update sollte jedem bekannt sein. Falls du es nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt doch einmal an. Prediction, Liquidation-Hunting. Was haben wir gesehen? Liquidation-Hunting und jetzt erst einmal in the red. 2,17% geht es nach unten für die Marktkapitalisierung. Wir stehen bei 1,18 Billionen US-Dollar. Bitcoin korrigiert um 2,4%. Hier stehen wir bei 28,6.000 US-Dollar. In den letzten 7 Tagen sehen wir jedoch ein Gain von 4,7% und Bitcoin outperformt Ethereum aktuell leicht wieder. Ethereum korrigiert um 3% versus Plus-Minus-Nuller-Runde. Für die gesamte Woche bei 1,850 US-Dollar. Und die Altcoins, Leute, durchmischtes Bild. Primär erst einmal in the reds, aber heute Abend um 20.30 Uhr ist natürlich wieder Primetime. Hier auf der Crypto Wall Street sei live dabei, wenn wir sämtliche Altcoins deiner Wahl im Detail analysieren. Unbedingt am Start sein und wir starten jetzt mit der Bitcoin-Analyse. Let's go! Starten wir rein mit Bitcoin in der Wochenchart und brechen dann das Chartbild sukzessive runter in den Tagesschart, 4-Stunden-Chart und 1-Stunden-Timeframe, damit wir ein holistisches Bild von Bitcoin bekommen und dementsprechend unser Tradingplan danach ausrichten können. Legen wir los, was ist passiert. Erst einmal zum Wochenkerzenschluss, der heute Nacht geschlossen ist und wir sehen es erst einmal soweit. Eine bullische Kerze. Nächstesotrotz, ich sage es immer wieder, Leute, lasst euch nicht von den Farben verunsichern. Wir hatten genau zu diesem Zeitpunkt gesagt, ebenfalls bullische, sehr bullische Kerze. Erst einmal so dafür einzuordnen. Nächstesotrotz, freut euch nicht zu früh, wir rechnen mit einem Dump. Der Dump ist dann erfolgt. Nächstesotrotz auch hier die Ansage, hey, lasst euch nicht von dieser bärischen Kerze verunsichern. Ich rechne noch einmal mit einem Pump. So ist es jetzt letzten Endes gekommen. Was ist jetzt aber diese Woche interessant? Was ist eine interessante Beobachtung, wie wir den letzten Endes geschlossen haben beziehungsweise wo wir ihn geschlossen haben, diesen Wochenkerzenschluss? Nämlich, wir sprechen seit mehreren Tagen, Wochen schon immer wieder über diesen signifikanten in der Vergangenheit Support, der dann im Mai 2022 durchbrochen worden ist und erst einmal als Widerstand fungieren sollte. Also eine sehr, sehr starke Verkaufszone mit viel Verkaufsdruck in der Region 29.300 US-Dollar hoch bis 31.780 US-Dollar. Und ihr seht ja, was letzten Endes in dieser Region passiert ist. Leute, wir wurden erst einmal rejected. Und wir sind jetzt genau mit der Wochenkerze am unteren Rande dieses Widerstands geschlossen. Erst einmal nicht positiv zu bewerten, denn wir standen zwischenzeitlich in der Woche gegen Wochenendschluss noch einmal an der Region von 30.000 US-Dollar. Und das ist weniger gut zu bewerten, dass wir ihn jetzt so geschlossen haben oder wo wir ihn geschlossen haben in diesem Fall, wo wir ihn geschlossen haben. Und von daher erst einmal weniger gut zu bewerten. Schauen wir uns das Ganze einmal kurz aus SMA-Sicht an, denn damit ist natürlich weiterhin dieses Potenzial einer Korrektur gegeben, über das wir schon eine Weile sprechen. Und aus der Wochenchart gesehen, haben wir natürlich noch einige Level, die wir retesten müssten. Erstens legen wir los mit der Hochebene aus August 2022-Februar 2023. Soweit erst einmal hier die Rejection reinbekommen. Mit dem Retest noch einmal hier die Rejection reinbekommen. Auch hier wieder nach Lehrbuch, nachdem wir erfolgreich vom 20er SMA gebounced sind, haben wir dieses Level durchbrochen. Nichtsdestotrotz, ihr seht, der Retest dieser Ebene steht noch aus. Also soweit erst einmal ein signifikantes Level. Auch für diese Woche weiterhin auf dem Schirm haben 25.200 US-Dollar. Was liegt ebenfalls in diesen Regionen? Ihr seht es, Freunde, der 200er SMA. Auch hier in der Vergangenheit sind wir zum Beispiel über den 20er SMA nach oben durchbrochen. Der Retest stand noch aus. Der Retest ist erfolgt. In diesen Regionen konnten wir unseren Bitcoin Long Trade in diesem Fall erst einmal wunderschön eröffnen und diesen Einstieg unter 20.000 US-Dollar wahrnehmen. Alles nach System ebenfalls. Nichtsdestotrotz, nach diesem Retest massiver Pump. Jetzt durchgebrochen. 200er SMA. Und ihr seht es ja, Leute, wir haben diesen Retest noch nicht gesehen. Von daher sehr, sehr signifikantes Level. Ebenfalls für diese Woche. Jetzt aktuell liegend bei knapp 26.000 US-Dollar. Hier der 200er SMA. Und last but not least, wenn wir uns noch einmal hier in der Wochenchart umschauen, haben wir natürlich noch ein interessantes Long Level nach System. Wir befinden uns in diesen bullischen Strukturen. Sehen wir auch gleich noch einmal in der Daily. Mit den Zielleveln in den Regionen jetzt auch höchst interessant. Von dem 100er SMA. Die Ziellevel starten bei knapp 35.000 US-Dollar hoch bis 39.000 US-Dollar. Und nach System liegt ebenfalls unser nächster Wiedereinstiegsbereich. Ich gehe gleich in der Daily noch einmal ein bisschen detaillierter darauf ein. In der Range von 25.275 US-Dollar runter bis 23.362 US-Dollar. Und das steht natürlich wunderschön in Konkurrenz und Harmonie mit all diesen Leveln, die wir gerade besprochen haben. Und wenn wir uns jetzt dazu auch noch einmal kurz die Liquidation Heatmap hier der letzten 7 Tage auf Binance anschauen, so sehen wir erstens natürlich die Liquidität nach unten hin, über die wir im letzten Update-Video noch gesprochen haben, wurde erst einmal geklärt. Successful. Wir sehen nichtsdestotrotz auch noch, Liquidität liegt über uns. Knapp über 30.000 US-Dollar, knapp über unseren primären Hoch, über das wir gleich noch sprechen werden. Und Liquidität liegt unter uns für die Market Maker zum Abgreifen. Knapp 27.000 US-Dollar runter bis 26.300 US-Dollar. Jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung wird es diese Woche eher gehen? Wir stehen ziemlich zentral. Diese beiden Level sind wie Magneten zu beobachten oder zu betrachten. Und dafür schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz erstens den DXY an. Sehr, sehr interessant, was wir hier beobachten können. Leute, schmeißen kurz einmal die SMAs aus. Und so sollte jedem bewusst sein, dass wir erstens natürlich hier seit Wochen über diesen Chart sprechen. Nach Ziellevel-Erreichung erst einmal Korrekturpotenzial haben. Und diese Korrektur erfolgt es. Und diese Korrektur, Leute, die ging ebenfalls exakt bis zu unserem 50er-Level nach System bei 101,578. Und ihr seht ja, was der Markt jetzt hier zuletzt gemacht hat. Wir haben schon einmal eine erfolgreiche Reaktion gesehen. Wir haben jetzt den Retest dieses Levels gesehen. Und haben aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr starke bullische Bestätigung eines potenziellen doppelten Boden hier reinbekommen. Und die negative Korrelation, die sollte natürlich jedem bewusst sein. Steigt jetzt der DXY, haben im Umkehrschluss Bitcoin, Ethereum und Co. erst einmal Korrekturpotenzial. Der DXY, der US-Dollar steigt im Vergleich zu sämtlichen anderen Währungen. In diesem Fall sollte dann auch der Bitcoin-Preis erst einmal fallen. Und auch die Aktienkurse, die wir heute Abend im Livestream definitiv auch mal wieder beleuchten müssen. Also wir müssen davon ausgehen, dass es hier im DXY jetzt erst einmal zu einer Erholung kommt. Und wenn der DXY steigt, soweit erst einmal Bitcoin, Ethereum und Co. fallen sollten. Von daher diese Liquiditätszone, die ich gerade besprochen habe, unter uns höchst interessant. Und was ist diese Woche ebenfalls noch auf der Agenda, Leute? Wo alle mit ihren Augen drauf schauen. Die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch um 20 Uhr steht die nächste Zinsentscheidung der Fed an. Prognostiziert wird eine 0,25%ige Zinserhöhung. Und im Anschluss dann natürlich noch die Pressekonferenz um 20.30 Uhr. Nichtsdestotrotz ist das nicht genug. Am Donnerstag folgt dann die Zinsentscheidung der EZB. Auch hier ein 0,25%er, soweit erst einmal angegeben und sollte auch eingepreist sein. Und im Anschluss natürlich dann auch wieder die Pressekonferenz um 14.45 Uhr. Das sind aber nicht alle Wirtschaftsdaten, die uns heute oder in dieser Woche noch erwarten werden. Erstens, wie gerade gesagt, am Mittwoch braucht sich die weitere Zinserhöhung, Zinsankündigung. Wir gehen von einem weiteren Zinsschritt aus, Leute. In zwei Tagen, acht Stunden ist es soweit. 89,5% gehen auch von diesem 0,25%er aus. Und ganz, ganz wichtig, jetzt würden wir mit dieser Zinserhöhung exakt in dem Zielkorridor der Federal Reserve erst einmal ankommen. 5,1% war so erst einmal von den Boxplots prognostiziert, dass da die Zinsschwelle dann liegen wird, beziehungsweise die Grenze nach oben hingesehen. Und höchst interessant ebenfalls zu beobachten, mehr und mehr Marktteilnehmer glauben jetzt letzten Endes den Worten der Federal Reserve und den Vertretern der Federal Reserve, dass wir keine Rate Cuts in 2023 sehen werden. Jetzt ebenfalls bis September, soweit erst einmal eingepreist, dann ein Pause der Federal Reserve. Noch kein Pivot, also noch keine Umkehr. Im September sage ich schon, im November sagen aber die meisten, wir werden erst einmal ein Reversal hier mit den Zinsschritten der Federal Reserve sehen. Also Ende des Jahres wird dieser Pivot erfolgen. Ich bin gespannt, was bei der Morgen, am Mittwoch, am Mittwoch bei der Zinsentscheidung herauskommt und vor allen Dingen auch, was in diesem Fall Jerome Powell während der Pressekonferenz zu Besten gibt. Ebenfalls sehr, sehr wichtig für diese Woche die Quartalsergebnisse von Apple mit großer Spannung und last but not least wieder der NFP Friday. Jeder erste Freitag im Monat wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Natürlich ebenfalls interessant, auch mit Blick für die nächsten Federal Reserve Zinsentscheidungen. Also eine sehr, sehr vollgespickte Woche mit jeder Menge News-Events. Heute erst einmal noch ruhiger Wochenauftakt. In Deutschland haben wir einen Feiertag. Heute Nachmittag um 16 Uhr der ISM Einkaufsmanager-Index in den USA, den jeder auf dem Schirm haben sollte. Und ansonsten bereite ich euch natürlich immer bestens jeden Tag hier auf diesem Kanal vor. So, springen wir jetzt wieder rüber zu Bitcoin in die Tageschart. Aus der Wochenchart nehmen wir mit. Erstens natürlich noch jede Menge signifikante Level für einen Retest. Wir stehen weiter in sehr, sehr starken Verkaufsregionen. Aus dem DXY nehmen wir mit. Bounce-Potenzial für den DXY, Korrektur-Potenzial für Bitcoin. Und natürlich jede Menge Wirtschafts-News, die diese Woche Volatilität auslösen können. In der Tageschart für jeden noch einmal zur Wiederholung wichtig. Wir befinden uns ganz klar in diesen hellgrünen Strukturen. Das heißt, wir verfolgen mittelfristig ganz klar den bullischen Fahrplan und haben immer wieder unsere Long-Entries hier gewählt, um den Markt hoch zu traden. Ganz wichtig, Trading versus Investieren. Wir sprechen immer von beiden Brillen und ich gebe immer durch, wann ich einen kurzfristigen Trade eröffne und wann ich eine langfristige Investition tätige. Langfristige Investitionen in diesen Leveln definitiv möglich, als auch kurzfristige Trades, die wir nach oben hin mit reiten konnten. Bis wohin gehen denn die kurzfristigen Trades? Bis hierhin meine Ziellevel erst einmal. Hier werde ich meine langfristigen Positionen, die ich Spot gekauft habe, noch nicht auflösen. Langfristiges Investitionshorizont-Level meinerseits Mitte 2025 bis Ende 2025. Denn damit rechne ich dann mit dem Blow-off-Top in Bitcoin, vor allen Dingen nach dem Halving mit dieser nächsten Eskalation, den exponentiellen Bullrun. Wir befinden uns aus meiner Sicht im Early Bullrun, Early Bullrun Phase, wo es Sinn macht, sich langfristig im Markt zu positionieren. Und wenn uns der Markt immer wieder Korrekturmöglichkeiten gibt, dann nutzen wir die. Aber trade-technisch nutze ich definitiv ultimativ das Ziellevel in der Region von 35.377 US-Dollar hoch bis 39.152 US-Dollar. So lange lasse ich auch meinen Bitcoin-Trade hier laufen, der noch mit 30% Margin läuft. Ich möchte den natürlich wieder nach oben skalieren auf 100% Margin. Also das heißt, dass wieder 100% meiner ursprünglichen Positionsgröße da vertreten ist. Und dafür brauchen wir natürlich eine Korrektur. Und nicht nur dafür, sondern auch für die nächste langfristige Investition. Ich kann euch nicht sagen, wann dieses Level angelaufen wird. Dass es angelaufen wird, ist nach System, nach SK-System sehr, sehr wahrscheinlich. Und wir haben eventuell noch einmal die Möglichkeit, wir haben gerade identifiziert, wir haben weiter Korrekturpotenzial, dass wir noch einmal eine Korrektur reinbekommen und genau zu dem Level nach System dann kommen, wo ich erstens meine Bitcoin-Long-Position wieder nach oben skaliere, kurzfristigen Trade eingehe, als auch wieder Liquidität, die ich angesammelt habe seit über einem Monat, fast anderthalb Monaten, um hier langfristig in dieser Range wieder in Bitcoin zu investieren. 25.275 US-Dollar runter bis 23.362 US-Dollar ist das Level, wo ich erneut einsteigen werde. Denkt noch einmal dran, Retest dieser Hochebene aus 2022, 2023, 200er SMA, Liquidität in diesen Regionen vorhanden. All das bekräftigt mich in dieser Entscheidung. Ganz wichtig, meine persönliche Meinung, Trade-Idee, Trade-Erfahrung. Und definitiv keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal. Eine Ergänzung zum Tagesschart aus SMA-Sicht, also den gleitenden Durchschnitten her, habe ich jedoch noch. Schauen wir uns das einmal an. In den 20er SMA hat uns in den vergangenen Tagen erst einmal als Unterstützung gedient. Die Region von 29.000 US-Dollar konnte gehalten werden, doch mit aus meiner Sicht dem negativen Wochenkerzenschluss. Und dieser klaren Rejection am gestrigen Tag von der 30.000 US-Dollar-Marke hat jetzt der Markt erst einmal diesen 20er SMA nach aktuellem Stand unterschritten. Sollte der Tageskerzenschluss soweit erst einmal reinkommen, auch weniger gut zu bewerten, denn dann ist das nächste interessante Level, wo wir ganz, ganz kurz davor stehen. Und das ist einer der kurzfristigen Level, die jeder hier auf dem Schirm haben muss. 28.200 US-Dollar hier der 50er SMA reinkommen. Springen wir jetzt direkt rüber in die 4-Stunden-Chart und sprechen einmal kurz über das untergeordnete Chartbild, was wir in den letzten Tagen verfolgt haben. Bärische Sequenz, also Verkaufssequenz aus unserer Verkaufsregion bis in die Ziellevel getragen. Hier konnten wir einen wunderschönen kurzfristigen Long-Trade herausnehmen nach Ziellevel-Erreichung. Soweit erst einmal Erholungspotenzial. Bis wohin? Bis zum nächsten Level nach System. Das sogenannte Gesamtkorrektur-Level, also das Fibonacci-Level von dieser gesamten Strecke, dieser gesamten Sequenz von oben bis zum Ende nach unten hingesehen. Hatten wir hier unseren interessanten Verkaufsbereich, den wir genutzt haben und auch diesen Short mitnehmen konnten. Also Switch von Long in den Short, auch wunderschön aufgegangen. Und seitdem habe ich gesagt, Leute, ich bin sideline erst einmal. Ich lasse den Markt jetzt hier erst einmal machen, was er will. Definitiv legitim, dass wir aus diesen Regionen auch gestern oder vorgestern war das Update-Video noch einmal explizit dargestellt. Nach Regelwerk haben wir diesen Wendebereich wieder in seiner Höhe nach unten hin verlassen. Das heißt, wir haben die Reaktivierung gesehen. Und er dürfte noch einmal genutzt werden. Ich selber sideline aufgrund dieser Market Maker Manipulation und diesem Liquidation Hunting, hier sehen wir auch gleich noch einmal in der Stunden-Shot, habe mich erst einmal rausgehalten. Nichtsdestotrotz, ihr seht es ja wunderschön. Die 66,7er war immer wieder das Verkaufslevel, interessante Verkaufslevel. Also die Marke von 29.677 US-Dollar, wo der Markt erst einmal rejected worden ist. Und hier natürlich auch, soweit erst einmal zu bewerten, wenn wir uns das Konstrukt jetzt hier oben ansehen, ist es in einem bärischen Level entstanden. Soweit erst einmal ein Fundament für die Bären gebildet. Wir invertieren einmal kurz den Chart. Und wenn wir uns das jetzt aus, ich mache mal kurz die Einzeichnung nochmal weg, wieder invertiert rein. Und wenn wir uns das als invertierten Chart anschauen, dann glaube ich, deine Gedanken lesen zu können und du würdest sagen, okay, das ist eine mega bullische Stabilisierung. Hier drauf können wir den nächsten Upmove ansetzen. Doch wenn wir das Ganze umdrehen und die Wirklichkeit betrachten, dann ist das keine bullische Sequenz. Es ist eine bärische Sequenz, Leute. Und von daher auch hier weiteres Korrekturpotenzial erst einmal in Bitcoin zu verzeichnen. Und jetzt abschließend auch für die Intraday-Händler noch einmal kurz auf den 1-Stunden-Chart geguckt. Wir hatten über die interessanten Liquid-Zonen im Update von vorgestern gesprochen. Was ist passiert? Erst einmal auch klare Ansage meinerseits. Ich rechne damit, dass wir weiterhin eine Seitwärtsphase übers Wochenende verfallen. Und sollten wir in die eine oder andere Richtung ausbrechen, wir zum Wochenkerzenschluss exakt wieder zum Preislevel von 29.500 US-Dollar anlaufen werden. Denn hier war letzten Endes am Freitag der Kerzenschluss, der Tageskerzenschluss. Long story short, ist soweit erst einmal passiert. Wir sind dahin wieder zurückgewandert. Wir haben die Liquid nach oben hin nicht abgegriffen gehabt. Nach unten hin auch noch nicht. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt genau diese Liquid-Zone erreicht, Leute. Liquidität nach unten hin abgegriffen. Soweit natürlich erst einmal Bounce-Potenzial. Bis wohin? Bis zu den Regionen 29.000 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum? Springen wir auch hier noch einmal kurz in die Liquidation Heatmaps. Mache ich kurz einmal im parallelen Modus auf. So sehen wir knapp über uns hier eine kleine gelbe Linie. 29.000 US-Dollar. Soweit erst einmal potenzielles, kurzfristiges Short-Level, Leute. Das als interessantes Level auszumachen. Wieso, weshalb, warum? Wenn wir uns das auch noch einmal kurz aus Systemsicht anschauen, so haben wir jetzt auch wieder erneut reaktiviert diesen Bereich mit der Korrektur überhalb der Höhe oder mit der Höhe nach unten hin herausgeschlossen. Von daher, wo liegt dieses Level? 29.000 US-Dollar. Exakt an unserem ersten Verkaufs-Level. Wenn wir uns das einfach mal anschauen, ebenfalls als signifikanter Widerstand in den kurzen Timeframes erst einmal zu werten. Erholung absolut möglich. Weitere Rejection-Follow-Through-Movement. Bis wohin? Bis zu unserer nächsten Liquidzone, Leute. Schauen wir uns das auch noch einmal kurz aus Fibonacci-Sicht an. So haben wir hier erst einmal auch, deswegen der Bounce, ein interessantes Fibonacci-Level, wo der Markt herausstarten kann. Bis zur 29.000 US-Dollar-Marke. Nichtsdestotrotz, wir haben über diese Timeframes gesprochen. Ich rechne weiter mit Korrekturpotenzial. Und die nächste Liquidzone, die interessant wird, Leute, die Liquidzone unterhalb des letzten Lows bei 27.200 US-Dollar runter bis knapp 26.900 US-Dollar. Und das ist soweit erst einmal den kurzfristigen Fahrplan, den ich hier verfolge. Um dann natürlich die nächstgrößere Korrektur hier in Bitcoin in Richtung unserer Kauflevel zu sehen. Und bevor wir jetzt gleich noch abschließend hier auf Ethereum eingehen werden, denn hier stehen wir kurz vor unserem Long-Trigger, Leute. Falls dir das Video bis hierhin gefallen, hat diese detaillierte Bitcoin-Analyse sämtliche Timeframes im Detail auseinandergenommen. Smash den Like-Button. Falls du neu hier bist, das kostenlose Abo gerne da lassen. Und noch einmal der Hinweis, wir haben eine weitere Woche unseres Einzahlungs- und Trading-Events hier auf BingX laufen. Erhalte bis zu 6.000 US-Dollar Bonus, bis zu 2.000 US-Dollar Boni durch Einzahlungen abstauben und über 4.000 US-Dollar durch kumulatives Trading abstauben. Und last but not least gilt natürlich das Registrierungsevent weiterhin. Registrier dich über folgenden Link hier auf BingX. Geh gemeinsam mit uns die CopyTrades ein und löse direkt ebenfalls 50 USDT hier direkt auf BingX ein. Sämtliche Links findest du dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich auch noch einmal der Hinweis, komm gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Mittlerweile über 800 Mitglieder da bereits drin. Seit Ostern gelauncht das Ding. Diskutiere mit uns täglich über die aktuellsten Themen. Natürlich auch die Chart-Analysen. Und ihr seid da jeden Tag bestens informiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt das Upload oder den Upload tätige, im Anschluss direkt etwas passiert auf den Kryptomärkten, werde ich dich dazu updaten. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz Ethereum an. Denn hier ist die Analyse einfach, Leute. Wir springen einmal kurz in die Daily rein. Das ist der Fokus, den ich aktuell habe. Auch hier ganz klar im Fokus die hellgrünen Strukturen. Hier in Ethereum mittelfristiger Fahrplan. Ganz klar die Ziellevel 2458 US-Dollar hoch bis 2712 US-Dollar. Auch hier konnten wir nach System diese Korrektur mitnehmen. Abwischen. Unseren Long Trade hier in Ethereum eröffnet mit 156% aktuell in the Profits. 30% Margin laufen da noch. Wir haben natürlich immer wieder Teilprofite realisiert. Und möchten jetzt natürlich auch unseren Trade wieder nach oben skalieren. Und das ist möglich mit der nächsten Korrektur. Die jetzt gerade kurz, kurz, kurz davor steht, unseren Long Entry hier zu hitten. Mehr braucht ihr nicht. Also beziehungsweise ich kann ja nur davon sprechen, was ich mache. Das ist mein Level, was ich im Auge habe für die nächsten Long Trade in Ethereum. Als auch meine nächste langfristige Branche hier in Ethereum zu investieren. 1756 US-Dollar runter bis 1627 US-Dollar in den untergeordneten Timeframes. Seht ihr es selber. Eine Stunde haben wir soweit erst einmal diesen Abverkauf gesehen. Eine Korrektur beziehungsweise in diesem Fall eine Erholung gesehen. Sind soweit erst einmal nicht zum nächsten bärischen Verkaufslevel gewandert. Hier keine Trades am Laufen gehabt. Ich bin sideline, bis wir hier unten in unseren Long Trade reinstechen. Beziehungsweise Investitionslevel reinstechen. Und dann spielt auch hier wieder Musik. Und das wäre es jetzt erst einmal gewesen für heute, Leute. Denkt noch einmal dran. Heute Abend und 20.30 Primetime hier auf der Crypto Wall Street. Sei live dabei, wenn wir sämtliche Märkte deiner Wahl analysieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ihm so ist, würde ich mich selber über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lasst gerne das kostenlose Abo da. Und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in der Trading Tag. Und jetzt euch erst einmal noch einen schönen Feiertag. Guten Start in der Woche und bis später. Ciao, ciao.